Sophia Tomala, überraschende Babybeichte wünsche mir auch eine eigene Familie. Anfang Oktober machte Sophia Tomala, 32, ihre Beziehung zu Tennisprofi Alexander Zverev, 24, offiziell. Nun sprach sie offen über ihre Zukunftsplanung und Kinder. Sophia Tomala, großes Liebesglück mit Alexander Zverev. Nach der Liebespleite mit Loris Karius, 28, schwebt Sophia Tomala schneller als gedacht wieder auf Wolke Siebter. Die 32-Jährige ist in ihrer neuen Beziehung mit Alexander Zverev super happy und teilt ihr Glück offen mit ihren Fans. Kürzlich gab es in Wien im Rahmen des ATP-Turniers sogar eine für die Are You The One-Moderatorin? So die emotionalen Worte von Alexander. Eine Situation, mit der Sophia erst noch lernen muss umzugehen, es hat mich auf jeden Fall berührt, aber auch ich erleben neue Situationen. So eine Situation hatte ich auch noch nicht, dass sich ein Mann hingestellt und öffentlich etwas gesagt hat, offenbarte Sophia jetzt in der MDR-Sendung Riverboat. Sophia Tomala, erstes Liebesinterview. Sophia Tomala, so denkt sie wirklich über den Altersunterschied. Sophia Tomala, die Wahrheit über ihren Body. Sophia Tomala spricht über eigene Kinder. Auch sonst plauderte Sophia überraschend offen über ihre Beziehung. Sie sei nach eigener Aussage entspannter geworden, was ihr betrifft, Heutzutage kann ich alles ein bisschen mehr lenken, natürlich auch über Social Media. Vor 10, 12 Jahren ging das noch nicht so easy, da war ich ein bisschen diskreter mit meinem und hatte auch mehr Angst. Jetzt bin ich komplett angstfrei. Was sagt man? Ehe. Wenn Sophia über ihren Alexander spricht, klingt es fast so, als hätte sie endlich den richtigen Mann fürs Leben gefunden. Ob nun sogar in Planung ist? Instagram, MDR MDR MDR